Hast du dich jemals gefragt, wie das Verständnis neuer Dimensionen der Intimität deine Beziehung transformieren könnte? In dem heutigen Video tauchen wir tief in den oft übersehenen Bereich des analen Vergnügens ein und enthüllen Techniken und Einsichten, die emotionale Bindungen stärken, die Zufriedenheit steigern und neue Verbindungsebenen mit deinem Partner eröffnen können. Wenn du noch nicht abonniert bist, abonniere den Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um keine Videos zu verpassen. Deine Unterstützung bedeutet mir viel und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du mir helfen, die wertvollen Lektionen weiter zu verbreiten, indem du es likest und teilst. Nun lass uns einen Moment innehalten und wirklich darüber nachdenken. Mehr als 97% der Menschen, die sich in die Welt der analen Stimulation begeben haben, beschreiben sie nicht nur als erotisch, sondern auch als tief transformierend. Es geht nicht nur um eine physische Handlung. Es ist eine Erkundung in eine völlig neue Dimension der Intimität, die Partner auf Weisen verbinden kann, die sie sich vielleicht nie vorgestellt haben. Für viele ist es eine Reise, die sie näher zusammenbringt, nicht nur physisch, sondern auch emotional und psychologisch. Diese Art der Erkundung bietet eine einzigartige Gelegenheit, Vertrauen aufzubauen und einander neu zu entdecken, sodass Paare über neue Erfahrungen hinweg eine Bindung aufbauen und Barrieren abbauen können, von deren Existenz sie vielleicht nicht einmal wussten. Wenn Partner dieses Abenteuer gemeinsam unternehmen, wird es mehr als nur eine Handlung des Vergnügens, es verwandelt sich in einen tiefgreifenden Moment der Verbindung, in dem Verwundbarkeiten offenbart und angenommen werden. Anale Stimulation, sowohl für Männer als auch für Frauen, kann eine ganz neue Welt von Fantasien und Wünschen eröffnen. Es ist eines dieser Tabuthemen, über die oft nicht offen gesprochen wird, doch wenn Menschen den Mut finden, es mit ihren Partnern zu besprechen, erschließen sie ein tieferes Maß an Komfort und Zufriedenheit. Die Kraft, diese Erfahrungen offen zu diskutieren, kann nicht genug betont werden. Es ermöglicht beiden Partnern, ihre Wünsche ohne Scham oder Zögern auszudrücken, sodass das Erlebnis nicht nur angenehm, sondern auch einvernehmlich und respektvoll ist. Es fördert ein Umfeld, in dem sich beide Partner wertgeschätzt, gehört und anerkannt fühlen können. Diese Art der Kommunikation legt den Grundstein für eine erfüllende, tiefere Verbindung, in der emotionale und physische Zufriedenheit harmonisch koexistieren können. Stell dir vor, wie frei es sich anfühlen muss, deine versteckten Fantasien der Person auszudrücken, die du am meisten liebst und vertraust, in dem Wissen, dass sie zuhören, verstehen und vielleicht sogar deine Aufregung teilen werden. Dies ist der Schlüssel zu langanhaltender Intimität, Offenheit, Ehrlichkeit und die Bereitschaft, gemeinsam neue Grenzen zu erkunden. Durch diese Gespräche können Paare entdecken, dass sie ähnliche Wünsche teilen oder zumindest lernen, die Bedürfnisse des anderen zu respektieren und zu unterstützen. Hier ist etwas noch Faszinierenderes. Bei einigen Menschen kann das Vergnügen, das aus analer Stimulation entsteht, länger als 50 Sekunden andauern. Stell dir vor, du erlebst diese anhaltende, kraftvolle Empfindung, ein Moment, in dem die Welt verblast und alles, worauf du dich konzentrieren kannst, die intensive physische und emotionale Verbindung ist, die du mit deinem Partner teilst. Für manche kann dies zu einem explosiven Höhepunkt führen, der die üblichen Definitionen von Vergnügen übersteigt und ein euphorisches Erlebnis schafft, das beide Partner tief erfüllt und intim verbunden fühlen lässt. Es sind solche Momente, die uns daran erinnern, wie reich und vielfältig die menschliche Sexualität sein kann und wie viel es noch zu erkunden gibt, selbst mit einem Partner, den man seit Jahren kennt. Viele Menschen fragen nach den besten Techniken zur Stimulation dieses Bereichs. Und das ist verständlich, dies ist kein Bereich, in dem man sich beeilen oder Abkürzungen nehmen sollte. Der Schlüssel zu einem angenehmen Erlebnis ist Geduld, Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Jeder ist anders und was für den einen angenehm ist, muss es für den anderen nicht sein. Daher liegt die Grundlage für ein erfolgreiches und angenehmes Erlebnis in langsamer, durchdachter Erkundung. Die Zunge kann zum Beispiel ein unglaublich effektives Werkzeug in den frühen Stadien der Stimulation sein. Indem du mit sanften, neckenden Berührungen beginnst, kannst du langsam die Intensität aufbauen und die Reaktionen deines Partners beobachten und anhören. Es ist ein Tanz, bei dem jede subtile Bewegung, jede sanfte Liebkosung deinem Partner näher in einen Zustand entspannter Lust bringt. Du kannst damit beginnen, sanft um den Anus zu lecken und die empfindlichen Nervenenden mit kreisenden oder seitlichen Bewegungen zu erkunden. Diese ersten Berührungen sind entscheidend, um deinem Partner zu helfen, sich mit der Empfindung wohlzufühlen und allmählich in tiefere Ebenen der Intimität einzutauchen. Die Schönheit dieses Ansatzes liegt in seiner Zartheit. Es geht nicht darum, auf ein Ziel zu hetzen, sondern jeden Moment zu genießen und das Vergnügen sich natürlich entfalten zu lassen. Das Erlebnis des Leckens, Saugens und die Verwendung unterschiedlicher Rhythmen und Druckstärken finden viele unglaublich stimulierend. Das Experimentieren mit verschiedenen Stilen, während du auf die Reaktionen deines Partners achtest, kann das Erlebnis von einfach angenehm zu unvergesslich heben. Und hier wird Kommunikation unerlässlich. Frage deinen Partner, was er mag, was sich gut anfühlt und was er mehr oder weniger möchte. In diesen Momenten ehrlicher Kommunikation schaffst du die Grundlage für eine tiefere Verbindung. Schließlich ist Intimität keine Einheitsgröße Erfahrung. Was für den einen Wunder wirkt, muss für den anderen nicht so angenehm sein. Und das ist in Ordnung. Wichtig ist, offen und anpassungsfähig zu bleiben, bereit zuzuhören und sich anzupassen und die Bedürfnisse deines Partners zu erfüllen. Wenn du dieses Video noch ansiehst und diese Lektionen nützlich findest, kommentiere bitte die Nummer 1 unten, um mir mitzuteilen, dass du dieses Video weiterhin mit mir ansiehst. Während dieser Erkundungen wird das Gehirn voll aktiviert, wodurch die emotionalen und psychologischen Aspekte des Erlebnisses verstärkt werden. Dieser erhöhte Bewusstseinszustand kann das Vergnügen intensivieren und die Verbindung zwischen dir und deinem Partner noch bedeutsamer machen. Allerdings erreichen nicht alle durch anale Stimulation den Höhepunkt, und das ist vollkommen normal. Manche Menschen finden, dass die wahre Freude des Erlebnisses aus den subtilen, nuancierten Empfindungen kommt, anstatt der Verfolgung eines intensiven Orgasmus. Manchmal verfangen wir uns in der Idee, dass tiefe Penetration der einzige Weg ist, um in diesem Bereich Vergnügen zu erleben, aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Für viele ist ein vorsichtigerer, schrittweiser Ansatz weitaus angenehmer. Die Verwendung von Fingern oder speziell für anale Stimulation entwickelten Spielzeugen kann ein sanfteres, kontrollierteres Erlebnis bieten, sodass beide Partner den Bereich ohne Unbehagen erkunden können. Hochwertiges Gleitmittel ist in diesen Situationen unerlässlich, um sicherzustellen, dass das Erlebnis für beide Parteien glatt, komfortabel und angenehm ist. Sich die Zeit zu nehmen, langsam zu erkunden und zu lernen, was sich für deinen Partner gut anfühlt, baut Vertrauen auf, was wiederum zu einer befriedigenderen und erfüllenderen sexuellen Beziehung führt. Es gibt etwas unglaublich Schönes an der Art und Weise, wie langfristige Beziehungen diese Momente der Erkundung bereichern können. Im Gegensatz zu lockeren Begegnungen, bei denen die Verbindung flüchtig oder oberflächlich erscheinen kann, finden Paare, die ein Fundament aus Vertrauen und gegenseitigem Verständnis aufgebaut haben, oft, dass diese Erfahrungen sie näher zusammenbringen. Es gibt eine Ebene der Intimität, die nur erreicht werden kann, wenn man Jahre damit verbracht hat, die Körper, Wünsche und emotionalen Bedürfnisse des Anderen zu lernen. Es sind diese stillen, privaten Momente, in denen wahre Intimität geschmiedet wird, die Art, die deine Beziehung auf Weisen stärkt, die über physisches Vergnügen hinausgehen. Offen über Grenzen, Wünsche und Fantasien zu sprechen, ist nicht nur wichtig, es ist wesentlich. Unrealistische Erwartungen, sei es an den eigenen Körper oder den des Partners, können zu Gefühlen der Unzulänglichkeit und Frustration führen. Aber wenn du diese Gespräche mit offenem Geist und Herzen angehst, schaffst du einen sicheren Raum, in dem sich beide partnerfrei ausdrücken können, ohne Angst vor Urteil. Eine gesunde, ausgewogene Herangehensweise an Intimität stellt sicher, dass sich beide Partner wohl, wertgeschätzt und verstanden fühlen. Hygiene ist ein weiterer entscheidender Aspekt dieses Erlebnisses. Der Anus ist ein empfindlicher Bereich und beide Partner sollten sich sauber und vorbereitet fühlen, bevor irgendeine Art von Stimulation beginnt. Eine schnelle Dusche oder die Verwendung von Feuchttüchern im Wohraus kann den Unterschied ausmachen, sodass beide Partner sich entspannen und das Erlebnis ohne Ablenkung oder Bedenken genießen können. Es ist ein kleiner Schritt, aber einer, der den Ton für ein angenehmeres und zufriedenstellenderes Erlebnis setzen kann. Vergessen wir nicht die Rolle, die die körperliche Gesundheit in unserem Sexualleben spielt. Aktiv zu bleiben bedeutet nicht nur, einen fitten Körper zu erhalten, es geht darum, sich sowohl physisch als auch mental gut zu fühlen. Regelmäßige Bewegung steigert deine Libido, verbessert deine Ausdauer und kann dein gesamtes Erlebnis während intimer Momente verbessern. Alles ist miteinander verbunden. Wenn du dich stark und gesund fühlst, bringst du diese Energie ins Schlafzimmer und schaffst ein lebendigeres und erfüllenderes Sexualleben. Stell dir vor, wie viel angenehmer deine intimen Momente sein können, wenn du körperlich in Bestform bist, wenn du die Ausdauer, Energie und das Selbstvertrauen hast, das Erlebnis voll auszukosten. Es gibt auch etwas zu sagen über die Kraft der Entspannung und des Atmens. Anal Stimulation kann für viele Menschen eine neue und ungewohnte Erfahrung sein, was oft zu Spannung oder Angst führt. Aber indem du deinen Partner durch tiefe Atemübungen führst, kannst du ihm helfen, sich zu entspannen und das Erlebnis voll auszukosten. Ermutige ihn, tief einzuatmen und langsam auszuatmen, um unangenehme Gefühle zu reduzieren und das Vergnügen sich natürlich entfalten zu lassen. Wenn beide Partner entspannt und präsent sind, wird das Erlebnis mehr als nur physisch, es wird zu einer gemeinsamen Reise der Entdeckung, Verbindung und des Vertrauens. Einvernehmlichkeit ist natürlich die Grundlage jeder intimen Erfahrung. Ohne klare, begeisterte Zustimmung kann es kein echtes Vergnügen geben. Bevor du dich auf eine neue Erkundung einlässt, ist es wichtig, ein offenes Gespräch über Grenzen, Wünsche und Erwartungen zu führen. Dies stellt nicht nur sicher, dass sich beide Partner wohl und respektiert fühlen, sondern legt auch den Grundstein für eine tiefere, bedeutungsvollere Verbindung. Das Nachfragen nach den Fantasien und Bedenken des Anderen schafft einen Dialog, der das Erlebnis bereichert und aus einer einfachen Handlung etwas weitaus Tiefgreifenderes macht. Zuletzt ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass analer Genuss nicht das Ziel jeder intimen Begegnung sein muss. Manchmal reicht es aus, einfach zu erkunden, den Moment zu genießen und mit deinem Partner präsent zu sein. Die Reise selbst kann genauso lohnend sein wie jeder Höhepunkt. Wenn du mit der analen Stimulation vertrauter wirst, möchtest du vielleicht spezifische Spielzeuge einführen, die für diese Art des Spiels entwickelt wurden. Analplugs, Dildos und andere Geräte können dem Erlebnis eine neue Dimension hinzufügen, aber es ist entscheidend, hochwertige, körperverträgliche Produkte zu verwenden, gepaart mit reichlich Gleitmittel, um ein komfortables, angenehmes Erlebnis zu gewährleisten. Und unterschätze nicht die Bedeutung von Atmung und Entspannung. Viele Menschen fühlen sich ängstlich oder angespannt, wenn sie mit analer Stimulation experimentieren. Aber indem du dich auf tiefes, bewusstes Atmen konzentrierst, kannst du deinem Partner helfen, sich zu entspannen und das Erlebnis voll auszukosten. Ermutige langsame, gleichmäßige Atemzüge, um Spannungen abzubauen, sodass sich beide Partner auf das Vergnügen und die Verbindung konzentrieren können. Es sind diese kleinen Details Atmen, Kommunikation und Vertrauen, die den entscheidenden Unterschied ausmachen, um ein wirklich unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Egal, ob du neu darin bist oder schon seit Jahren erkundest, denke daran, dass Intimität nicht nur die physische Handlung ist. Es geht darum, eine Verbindung, eine Bindung zu schaffen, die mit jeder gemeinsamen Erfahrung tiefer wird. Im Laufe der Zeit können diese Momente der Erkundung und Entdeckung die emotionale Bindung zwischen den Partnern stärken, ihre sexuelle Beziehung bereichern und es ihnen ermöglichen, sich verbundener, respektierter und zufriedener zu fühlen. Es kann tatsächlich eine allmähliche Erkundung sein, die sich im Laufe der Zeit schön entwickelt, eine Entdeckungsreise, bei der jede Begegnung eine Gelegenheit bietet, mehr über deinen Partner zu lernen, zu wachsen und dich auf einer tieferen Ebene zu verbinden. Der Schlüssel zu diesem Erlebnis liegt darin, den Prozess mit Offenheit, Geduld und Neugier zu umarmen. Es gibt etwas unglaublich Magisches daran, nicht nur den Körper deines Partners, sondern auch deinen eigenen zu verstehen, zu erkennen, wie jede subtile Berührung, jeder gemeinsame Moment und jedes geflüsterte Verlangen euch näher zusammenbringt. Wenn du dieses Video noch ansiehst und diese Lektionen nützlich findest, kommentiere bitte die Nummer 2 unten, um mir mitzuteilen, dass du dieses Video weiterhin mit mir ansiehst. Jeder intime Moment sollte als Chance gesehen werden, neue und aufregende Freuden zu entdecken, sei es physisch, emotional oder psychologisch. Indem du es mit offenem Geist und willigem Herzen angehst, schaffst du den Raum für tiefe Verbindung und Freude. Es geht nicht darum, auf ein bestimmtes Ergebnis hinzuarbeiten, sondern vielmehr darum, jeden Teil des Erlebnisses zu genießen, es sich natürlich entfalten zu lassen und es beiden zu ermöglichen, die Reise zu genießen. Der Prozess selbst wird Teil des Vergnügens, eine Form der Entdeckung, die genauso erfüllend sein kann wie die abschließende Handlung. Am Ende des Tages ist Intimität so viel mehr als nur die physische Verbindung zwischen zwei Menschen. Es geht um die emotionale Bindung, die du aufbaust, während du gemeinsam neue Dimensionen des Vergnügens erkundest, sei es durch analer Stimulation, die sanftesten Liebkosungen oder ein von Herzen kommendes Gespräch über deine Wünsche, Grenzen und Fantasien. Es sind die Momente der Verwundbarkeit und Offenheit, die das Fundament für ein wirklich erfülltes, intimes Leben schaffen. Das Wichtigste ist, dass die Reise geteilt wird, aufgebaut auf gegenseitigem Respekt, Kommunikation und natürlich Liebe. Wenn beide Partner vollständig in das Erlebnis investiert sind, wenn sie zuhören, lernen und auf die Bedürfnisse des anderen reagieren, kann ihr intimes Leben auf eine ganz neue Ebene gehoben werden. Es wird zu einem Raum, in dem sich beide Individuen verstanden, wertgeschätzt und vor allem zufrieden fühlen. Es ist etwas zutiefst Belohnendes, zu wissen, dass dein Partner erfüllt ist, dass ihr gemeinsam eine Welt des Vergnügens geschaffen habt, die die emotionalen und physischen Bindungen zwischen euch stärkt. Indem du ein offenes Herz und einen offenen Geist bewahrst, erlaubst du den Möglichkeiten, sich zu entfalten. Du könntest feststellen, dass es selbst nach Jahren zusammen immer noch neue Dinge zu entdecken gibt. Vielleicht ist es eine neue Empfindung, eine andere Art, Zuneigung auszudrücken oder einfach nur der Komfort des Wissens, dass ihr diese Erfahrungen als Team erkundet. Intimität in all ihren Formen, sei sie abenteuerlich oder zärtlich, geht um die gemeinsame Erfahrung, die gegenseitige Reise zu tieferen Verbindungen und Zufriedenheit. Und während du in dieser Erkundung voranschreitest, vergiss niemals die Bedeutung von Geduld. Jede Beziehung entwickelt sich in ihrem eigenen Tempo und jede Person hat ihre Komfortzone. Indem du offen kommunizierst und einander unterstützt, stellst du sicher, dass sich jeder Schritt richtig anfühlt. Intimität ist kein Wettlauf. Es ist eine lebenslange Reise, bei der jeder gemeinsame Moment genossen werden kann. Zu lernen, langsamer zu werden und den Prozess wirklich zu schätzen, ist ein Geschenk, das ihr einander macht und das eure Beziehung auf jeder Ebene bereichert. Am Ende, egal ob du mit analer Stimulation experimentierst, sanfte Liebkosungen genießt oder einfach nur über deine tiefsten Wünsche sprichst, das Ziel ist immer dasselbe. Deine Bindung zu vertiefen und deinen Partner sich gesehen, gehört und geschätzt fühlen zu lassen. Wenn du Kommunikation und emotionale Verbindung priorisierst, schaffst du ein Umfeld, in dem das Vergnügen natürlich fließt und beide Partner sich vollständig zufrieden fühlen. Diese gemeinsame Reise kann dein intimes Leben transformieren und euch zu neuen Höhen des Glücks und der Erfüllung führen. Wenn sie mit Liebe, Geduld und Kommunikation angegangen wird, wird Intimität nicht nur zu einer physischen Handlung, sondern zu einem kraftvollen Erlebnis, das zwei Menschen auf weisen Nähe zusammenbringt, die sie sich vielleicht nie vorgestellt haben. Gemeinsam könnt ihr neue Horizonte des Vergnügens, des Vertrauens und der emotionalen Tiefe erkunden und eine Beziehung aufbauen, die mit jedem Schritt, den ihr zusammen macht, reicher und verbundener wird. Zum Abschluss dieser Erkundung würde ich gerne deine Gedanken hören. Was hast du bisher aus allem, was wir geteilt haben, gelernt? Gibt es eine Sache, die dir besonders aufgefallen ist, etwas, das du inspiriert fühlst, in deinem eigenen Leben oder deiner Beziehung umzusetzen? Bitte teile deine Einsichten in den Kommentaren unten, ich bin gespannt zu sehen, was bei dir am meisten Anklang findet. Wenn du dieses Video hilfreich oder aufschlussreich fandest, vergiss nicht, unten einen Kommentar zu hinterlassen und bitte denke daran, unseren YouTube-Kanal zu leaken, zu teilen und zu abonnieren, um mehr Inhalte wie diesen zu erhalten. Deine Unterstützung hilft uns, weiterhin Videos zu erstellen, die wertvolles Wissen in dein Leben bringen. Danke fürs Zuschauen!